Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Volta. Ich habe heute vor kurzem ein Video zu verschiedenen Weihnachtstypen gemacht, in dem es darum ging, wie man sich bei verschiedenen Weihnachtsaspekten selbst einschätzt. Ob man eher zu den Typen gehört, die rechtzeitig ihre Weihnachtsgeschenke kaufen oder eben sich auf die Last-Minute-Geschenke stürzen oder sich bei der Weihnachtsdikoration komplett ausleben oder einfach alles so lassen, wie es das ganze Jahr über ist. Und bei der Vorbereitung dieses Videos habe ich sehr viel darüber nachgedacht, wie sich die Bedeutung an Weihnachten für mich über die Jahre verändert hat. Ich habe mich jedes Jahr auf etwas anderes an Weihnachten gefreut und ich merke das jetzt als erwachsener Mensch ganz besonders, im Gegensatz zu früher, als ich noch ein Kind war. Und ich erzähle einfach mal heute so ein bisschen, wie sich das bei mir über die Jahre verändert hat. Ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass ich in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme hatte, so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass man als Erwachsener viel mehr Verpflichtungen hat und vor allem um die Weihnachtszeit herum schwirren einem so viele Gedanken im Kopf herum, dass man sich gar nicht mehr so richtig auf die Weihnachtsstimmung einlassen kann. Und da beneide ich wirklich meinen Kindergarten nicht, beziehungsweise meinen Grundschul ich, da man damals einfach so gut wie gar keine Verpflichtungen hatte und es gab einfach kein großes Event, auf das man sich so krass und langfristig gefreut hat, wie eben Weihnachten. Bei mir war es als kleines Kind auch super easy, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Da musste nur ein kleiner Aspekt, den ich mit Weihnachten verbinde, vorhanden sein und zack war ich in Weihnachtsstimmung. Der erste Schnee ist gefallen, bam, Weihnachtsstimmung ist da. Oder ich höre das erste Mal Wham last Christmas im Radio, Weihnachtsstimmung ist da. Oder der erste Dezember ist angebrochen, ich darf das Adventskalendertürchen aufmachen. Weihnachtsstimmung ist da. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die mir in dem Alter besonders wichtig an Weihnachten waren. Klar, Weihnachtsgeschenke waren schon immer irgendwie cool, aber das war damals nicht das Wichtigste für mich. Also es war viel wichtiger, rauszugehen, wenn der erste Schnee lag und den ersten Schneemann zu bauen, am besten mit meinem Papa zusammen und mit meinen Eltern Plätzchen backen und solche Sachen. Es war viel wichtiger, dass diese Sachen wirklich jedes Jahr dabei waren, anstatt irgendwelchen Geschenken nachzueifern. Ich glaube, man hätte mir auch einfach jedes Weihnachtsgeschenk andrehen können. Wichtig war einfach nur, dass es vom Weihnachtsmann kommt. Und wir haben wirklich lange an dieser Weihnachtstradition festgehalten, dass jedes Jahr an Heiligabend ein Weihnachtsmann vorbeikommt und eben die Weihnachtsgeschenke bringt. Ich glaube, bis zu meinem siebten Lebensjahr haben wir das durchgezogen. Ich war wirklich sehr naiv und habe lange nicht gecheckt, dass da jemand drunter steckt. Aber es hat irgendwie dazugehört und das war nochmal so eine Tradition oder so ein Ritual, worauf man sich einfach jedes Jahr gefreut hat. Ein paar Jahre später, in meinem jugendlichen Alter, hat sich der Fokus dann relativ stark verschoben, was die Weihnachtsbedeutung für mich angeht. Weihnachten war dann für mich in erster Linie Weihnachtsferien. Zwei Wochen keine Schule, keine nervigen Lehrer, keine Klassenarbeiten, gar nichts, sondern einfach nur zwei Wochen entspannen. Das hatte oberste Priorität und dann sind auch Geschenke sehr stark in den Mittelpunkt gerutscht. So Tradition, die ich früher als ganz kleines Kind gemocht habe, die habe ich teilweise weitergeführt. Also dieses Dekorieren von der Wohnung und so weiter, das habe ich dann irgendwann sogar selbst für mich gemacht und nicht durch meine Eltern, aber Weihnachtsmusik zum Beispiel habe ich mega gehasst zu der Zeit, weil sie sich einfach jedes Jahr wiederholt hat und das war einfach nur noch nervig. Als Jugendlicher stand für mich das Weihnachtsfest noch gar nicht so im Zentrum des Dezembers, sondern eher der Silvesterabend. Ich habe mich als Jugendlicher viel mehr auf Silvester gefreut, da das für mich zu dem Zeitpunkt einfach eine coolere Atmosphäre ausgestrahlt hatte. An Silvester hat man einfach lautstark ins neue Jahr gefeiert, während man Weihnachten so gemütlich rumsahst und fast eingeschlafen ist. Und ja, Weihnachten war da einfach nur so eine Übergangsphase zu Silvester. Inzwischen sehe ich das alles natürlich völlig anders. Geschenke sind mir wirklich komplett egal geworden und auch Silvester ist eher so zum Stressfest geworden, da man am 30.12. eh immer noch nicht weiß, wo man am nächsten Tag feiern wird. Da freue ich mich aktuell doch wieder mehr aufs Weihnachtsfest. Und Weihnachten ist aktuell für mich in der Vorweihnachtszeit erstmal ganz viel Stress. Aber wenn Heiligabend einmal angebrochen ist, dann auch drei Tage Entspannung, drei Tage sich für die Familie Zeit nehmen und auch einfach mal, ja, Danke sagen an die Familie. Da sie sich irgendwie das ganze Jahr um einen kümmert, ist das einfach mal ein schöner Zeitpunkt, sich für die Familie Zeit zu nehmen und etwas zurückzugeben. Ansonsten versuche ich aktuell Jahr für Jahr den Weihnachtsfest wieder aufleben zu lassen, den ich als kleines Kind eben hatte. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Dieses Jahr ist glaube ich wieder ein gutes Jahr. Und ich freue mich jetzt auch wieder über jedes Weihnachtszeit, das im Radio läuft. Jetzt ist es einfach wieder so eine Tradition, die mir gefällt. Ich freue mich auch über den Schnee, der jetzt gerade draußen liegt, auch wenn es für mich als Autofahrer irgendwie total blöde ist. Aber es ist weiß draußen und so ist es gut. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so weiterentwickelt. Aber jetzt seid ihr gefragt. Wie hat sich bei euch über die Jahre die Weihnachtsbedeutung verändert? Worauf habt ihr euch in den vergangenen Jahren an Weihnachten immer so gefreut? Und was war euch am wichtigsten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und vor allem an die, die vielleicht schon ein eigenes Kind haben, würde es mich wirklich mal interessieren, ob sich da nochmal die Bedeutung komplett verändert. Ob man da irgendwie nochmal in seine eigene Kindheit zurückgefällt oder irgendwas. Schreibt es bitte in die Kommentare rein. Das interessiert mich wirklich. Ansonsten seht ihr auf der folgenden Endcard noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.